So, ja, ich bin hier stehen geblieben. Ich würde mal sagen, ich renne wieder hier lang. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo es lang geht. Ah, doch. Okay, ich weiß. Ich hatte ja sowieso das Gefühl, dass ich was übersehen habe hier drin. Nein, habe ich nicht. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich irgendwie gleich... Ich habe was übersehen. Ein Medipack. Das könnte uns später mal das Leben retten. Also, seid nicht so sparsam. Äh, doch, seid sparsam. Aber seid nicht sparsam, damit, ähm, äh, Geschenke, Geheimnisse zu finden. Ja. Gut. Ja, und, ähm, Keks und... Weg hier. Jetzt sind wir auch wieder oben. Okay, merken. Nicht in die Schlüppe, wo Wasser war, weil sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Und darauf habe ich keine Lust. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Am Anfang der Dinge. Da, wo alles begonnen hat. Das Land der Schöpfung. Mit Adam und Eva und Lara Croft. Ähm. Oh. Ich, ich hab... Ja, ihr fragt euch bestimmt, was ich genommen habe. Oder besser, was ich vergessen habe zu nehmen. Oh. Stimmt. Ha. Hm. Ja. Hier ging es ja auch lang. Ähm. Oder doch nicht. Ha. 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 Wisst ihr, das ist so eine typische Toom-Redaktion. Ah, hier geht es lang. Ich komme weiter. Scheiße, doch nicht. Oder so. Kacke. Oder drüben komme ich vielleicht ran, aber nur vielleicht, wenn ich brav bin. Aber ich bin brav. Ne, Lara. Okay. Dann nicht. Dann hast du eben Pech gehabt. Ich mache auch hier. Ich komme trotzdem nicht weiter. Und ich meine, mit meinem coolen Bike, ja, komme ich auch nicht gerade nach New York. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ich muss meine Frust an irgendwelchen Gute-Laune machen, Lieder und rauslassen, damit ich Gute-Laune kriege. Dann steigen wir mal auf unser tolles Gefährt. Oh, man, 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 man. Jeden Tag um 14 Uhr, da holt sie ihr Bike raus und macht ihre Runde. Oh, Gott. Wie gibt man Gas? Äh. Ich habe das irgendwie ein bisschen lang nicht mal gespielt, dass ich nicht mal weiß, wie es geht. Ah, die Aktionstaste. Wuhu! Achtung, Stucky kommt! Miau! Okay, ich falte mich wie ein kleines Tent. Ah, ich finde die Lichteffekte toll. Also, dass das Viech-Licht gibt. Viech. Okay, da ging es nicht weiter. Einmal wenden und zurück. Zurück in die Zukunft. Scheiße, Mann. Kann ich ja irgendwie, buff, geht nicht. Ich will mal was testen. Ich habe das Gefühl, dass ich eine der Turn aufkriege. Oh, oh, aufkriege. Oder auch nicht. Es sieht wie eine Attrappe aus. Aber man weiß ja nie. Ich meine, ich habe schon so einiges übersehen. Ich habe schon einen schwarzen Hebel in einer gelben Wand übersehen. Also, wieso sollte ich dann nicht auch einen weißen Fleck auf einer schwarzen Oberfläche übersehen? Okay, Leute. Ich komme wieder nicht weiter. Es ist wieder so eine schöne Tomb Raider-Aktion. Was im Französisch heißt, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Russisch kann ich sowieso nicht. So. Ich weiß echt nicht, wo es lang geht. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ich merke es. Ich weiß es. Ihr wisst es. Tomb Raider weiß es. Crystal Dynamics. Nein, es ist nicht Crystal Dynamics. Ah, lalala. Ich meine, Cordy dann weiß es. Leider. Ähm. Dass ich nicht weiterkomme. Und deswegen freut ihr euch. Das ist ein... Was hat so wirklich... Ever, ever. Was hat das eigentlich für einen Sinn, das Level? Habe ich da gerade was gesehen? Nein. Nein, da ging so... Das ist das assoziatste Level, was ich kenne. Boom. Okay, wir fahren jetzt eine Runde jeden Tag um 14 Uhr. Nein. Ähm. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach... W-w-w-w-w-w. Was war das? Was war das? Ging es hier weiter? Okay, vergiss das. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt und ich bin gerade gesturmen. Was gerade keinen Sinn hat, weil ich sagte, die Hoffnung stirbt zuletzt und nicht ich. Oder so ähnlich. Ähm, ich mach dir irgendwie das Vieh auch noch verrückt. Was? Ich meine, das will mir doch jetzt nicht wie so ein brabes Haustier die ganze Zeit hinterher wackeln. Das ist jetzt wirklich nicht nett. Obwohl das ganze Spiel schon nicht nett ist. Also wieso sollte ich dann nochmal irgendwas extra... Warum sollte ich jemandem nochmal eine extra Wurst geben? Wieso? Wieso? Äh. Ja. Ja, Leute. Eine Stadt rumfährt um die schöne Stadt. Keine Ahnung, wie die heißt. Ist mir auch egal. Ja, ich wollte sagen, dieses Bild, das beruhigt mich so. Ich wollte sagen, das ist ein schönes Schlusswort, um Schluss zu machen. Ja, Leute. Ich hab Lust, Let's Plays zu machen. Man merkt, das war meiner Zolle in Laune. Nein. Ja, ich hatte. Ja, bis ich weitergekommen bin, glücklich. Ja. Und bis ich dann wieder in der Sackgasse stand. Schnie, schnie. Ja. Ja. Okay. Ähm. Ich würde sagen... Puh. 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 Ähm. Ne, fehlen gerade die Wurse. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal aus diesem Bildschirm... Aus diesem Bildschirm... Aus diesem Hauptmenü ab. Und ich sage dann Tschüss und so, ne, und, ähm... Helft mir! Nein. Ähm. Wie gesagt, wenn ihr mir helfen wollt... Es hakt immer wieder. Wenn ihr mir helfen wollt, dann wirklich keine Lösung geben wie bei 7, irgendwas mit 40 oder 50 oder irgendwas war's. Da kannst du hochklettern. Sag doch nicht immer genau, was ich machen muss. Sag doch einfach... Sieh dich nochmal genau um. Das würde mir helfen. Das, das, wisst ihr... Ihr gebt mir einen Tipp. Aber lasst mich rätseln. Ich hab ja gerade Spaß am Rätseln. Deswegen ist Tomb Raider ja so toll. Tomb Raider heißt übersetzt Grabräuber. Versteht ihr das? Ja, nein. Also, ja. Und es handelt nur mal von Rätseln. Und die Musik ist so schön. Ach ja, ist das nicht schön. Ach, ich liebe die Musik einfach. Ich liebe allgemein die alten Spiele. Aber ich finde... Ganz ehrlich, Leute. Ich finde... Das Tomb Raider Intro... Also, das schönste Tomb Raider Intro... Na, Intro nicht, aber... Soundtrack. Theme Song. Was weiß ich. Ist immer noch der von The Last Revelation. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das Spiel ausgesucht habe. Okay, es war ein Pluspunkt. Aber es ist nicht der Grund. Nein. So, Leute. Wie gesagt. Gebt mir nur Tipps, aber nicht komplette Lösungen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr mir Tipps gegeben habt. Nicht die Lösung. Tipps. Okay. Tipps. Ach, ich muss meine Tabletten nehmen. Oder ich muss auch für ein LSD zu nehmen. Nee, was habe ich gesagt? Ich habe in irgendeiner Folge mal gesagt, dass ich immer... Spielt. Ne, nein. Spielt. Lauf, Mädchen. Lauf. Jawohl. Gut. Okay, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.